Und damit willkommen da war ich lauter, da war ich besser. Zu einer weitere Frage ist es mit tun. Lauter ist besser. Wir spielen den Diamond Run. Ah, Pinsel. Ah, lalalala. Das reicht als Intro, würde ich sagen. Uh, wir sind rosa. Wir sind rosa. Die Farbe der Männlichkeit. Männliche Farbe. Geiles Intro. Okay, wir sind, by the way, wir sind, äh, falls ihr es aus dem Chaos nicht rausgehört habt, wir sind vier Leute. Bei mir? Also haben wir uns gedacht, wir ist, Simon Runnin' mal, äh, voll Pro-like. Ah, fuck you. Ah, pabababa. Ich glaub, der findet das nicht gut, dass du das hier hast. Ne, der hatte gerade direkt schon Korn auf mich genommen. Ich bin ja auch so richtig hier, das Roman. Oh, Junge. Oh, ich wär als erstes. Ich wär's. Ja, das ist soo. Geil. Also im Kurs auf meinem Kanal zu sagen, wir sind ja mit den ITC Jungs und spielen den simon run müsste der erste auf meinem kanal sein nein nein deine behinderte pfanne was belebt mich hast du nur ruhe der gehört mir was ein verficktes chaos ich bin so froh dass wir den samen waren auf dem kanal schon durch eine folge gecovert haben dann wissen die bescheid wenn da weniger ja ich habe mit lutz zu zweit folge aufgenommen und das war die popert sie weg war ein volles rohr jungen also der erste part ist hier kommt immer so die versuchen wir zusammen und dann die super schlürfen bei die einzigen regeln um die welle zu schaffen ist die quote oben links zu erfüllen und es darf nicht jeder klein das habe ich einfach nur tolle lol und immer töten also rinco das habe ich voll drauf wie du wieder waren gegangen bist das sind viele hier also dieser welt aneignen oder aus aktiviert hier die finger von meine bier du fix schnitzel ich halte mal ganz kurz den rücken frei den habe ich nicht aber ich habe ihn umgebracht dann gehen wir dann gehen also es ist halt teilweise noch lauter als in der normalen stammlose unten raketen sucht boss packen die haben wir auch noch irgendwo irgend so ein scheiß der hat es da noch ein kommt schon die gehen noch aus dem weg der hässlichen ja 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 ich hatte das special gezündet so ne kacke das ist jetzt voll verschwenden okay es ist keine flut was heißt wir werden nicht mehr von dem christ noch auf das wird witzig also hier bei mir kommt das ist nur lud jetzt das ist nur lud er liegt schon ein und ich bin gleich im arsch hier liegen ganz viele eier aber junger was ist mit denen ja ich renne nach hier und her alter alter hier ist sie ne das ist meins die stehen auf Kenji so weg die scheiße ich war nicht aufgelandt die kam von allen seiten das ist der beste als sie alle drei noch gelebt habe habe ich schon um hilfe gerufen die kameraden schweine helfen nicht verstorben liebe ich merk schon ich gehe lieber zu diesem dicke kopf scheiße alter so wie lang war das fünf minuten ich glaube da geht noch was ja ein bisschen noch da läuft 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 los geht's vielleicht schaffen wir es auch diese special runden mit den griffe im ansturm sind wir auch nicht so ganz geübt drin habe ich das gefühl insgesamt die special runden sind ziemlich heftig das sagen wir uns beim nächsten mal im ansturm vor allem in der mitte treffen und jeder schießt auf ein loch ja vielleicht mehr und dann ist irgendjemand wir werden total über und ja dann ist der bütze so ich hausse ihn ja dann rennen und mache über einen weg frei damit wir ja bitte bin ich schon dabei das war doch das motto black link wir machen ja bei mir ist so ein gelbe engel ja ja macht da hinten hab ihn hab ihn und ich will auch wieder hüpf kling aber den bau siehst der echt was nicht im pinökel habe ich es auch gerade zufällig gesehen so lange auf der anderen seite eine angeschissen doch ja 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 hier ist ein train die schlangen fähig bin dabei nein nein du urensohn was tut es erst wieder um zu mir und oh das ist so ein bomber ja der ist echt dreckig mit dem wasser stürzen hier sind die zwei nächsten ich schenke dir lebe er schenkt uns liebe party wasserstand bleibt gleich wenn ich das richtig gelesen habe ich noch richtiger welt ist aber ich habe ihn ich habe mich geopfert habe ich nicht geschmeckt das sind von innen gesprengt ja das ist mein spezialgebiet kann ich sein das können sie hier in der mitte ist gleich ein schirmart da hinten kommt das schlengele schlengele hier kommt ein bombe ich hab das schlengele und ein rechenschirm ich würde es ausdrücklich vielleicht ich glaube das sind die bochte ich am wenigsten war weil die halt nicht immer raketen von oben aber klar danke fürs weg freimachen immer gerne wenn man nur ein ei hat ging ein bisschen anders aber kann man nicht finden und deshalb gibt es jetzt krieg sicher das wasser statt 9 9 9 9 die kommt nicht nur bei super blut ok hat die mega die löser bitte ist die löser bitte ist die löser bitte ist die löser bitte ist ich liebe ich habe diese mini dinger sind überall da war noch einer natürlich ich hasse jungs da ist so ein blödsinn belebt bleibt danke danke hier weg die scheiße ich würde auch gerne ich guck grad was ich denn außenrohr blocke mach was drauf kenji nicht von da ja ich bin ja gerade da draußen gegangen um mich zu retten den kriege ich den kriege ich wir haben noch nicht mal einen tot egal wo du bist rette uns rette irgendwen flüchte flüchte ich möchte euch bevor ich sterbe muss man hier alles alleine machen ja wenn du schon so große tülle schmuckst dann macht ihr wenigstens auch kaputt endlich das sind auch der herrlich dabei wir haben noch nicht immer ja wir haben einen was geht mit euch für mich ist das ein sieg die quote lang ist es nicht kenji renn um deinen scheißarsch und zwar möglichst außenlang ich hab kein zähl mit dem pinzi kriegst du die nicht tot ich schwör bei Jesus Junge das ist so ekelhaft okay ich sag das liegt an den waffen ich sag das liegt an den piechern die da kommen wir machen jetzt natürlich noch ein wir machen bis wir gewinnen wir machen bis wir gewinnen zwölf tun den specher irgendwann zwischendurch hat einfach so ein cut jungs 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 ich brauche euch für 20 minuten part maximal 20 minuten ganz normale folge sechs tage später wir hatten das nicht unter kontrolle ich weiß nicht was da passierte ich hab angst welcher tag ist heute die will ich her gekommen alle guten dinge sind drei wir haben jetzt auch die gewinnerfarbe ja ich hab die erst drei das heißt hier der behälter ist nicht hier noch doch der behälter ist der muss in der mitte sein alles andere zu sein nein nein guck mal die von hier draußen direkt hilfe ich habe leute 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 ja das ist schon wieder ja nein 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 ah was tust du sterben ich opfer mich fürs team oh mein gott sie haben temi getötet ihr schwein ihr schwein kaputt sie zieht mir über nur noch verhaftig zu verstecken du opfer deine mama ja hast du mir ein mini-viecher alter dieser regen ich kann mich nicht bewegen was ich rein das war salmoni denn wie ein scheiß der regen kann teilweise schon stören der passt an sich die da teilweise ich finde der schwein oh shit ihr grün wichsfische salmonellen salmoniden hormonengesteuerte salmonelliden oder so Penisfische ich krieg den mit dem Pinsel echt nicht ehrlich auf der flöte jetzt los oh shit bei uns am bilder alter überlebt einfach mit dem Pinsel ich treff nicht ich geh weg einfach wegrennen wie ein kleines Mädchen jetzt bist du down oder was jetzt wo die zeit abläuft bist du fettes scheiß bin ich down hast du dich deine mutter auch nein damit kann ich wenigstens das gibt wasserschwund warum kann ich nicht die endzeit mit der letzten welle haben warum kriege ich immer die scheiß waffen mal zum schluss Hilfe 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 hier naja ich bin jetzt die ulti geplant natürlich ich bin stimmt das stimmt ich hab jetzt diese blöden gib mir Pfanne scheißt hier da hinten ist ein Turm hole ich mir mit mir selber ich bin das 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 paths das 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 du hier ist einer toben jetzt den turm die waffe ist so kopf da ist schon wieder so ein mini ding wir liegen übrigens fünf eier noch ja ja ich versuchte mich schützt ich hole ich kann es nicht dieser behinderte pinsel was nützt du denn da kann man mehr okay jetzt bin ich mein ulti jetzt muss sein ja bei dem kann ich verstehen mich verfolgt diese scheiße hier doch immer noch haben wir sind safe sagt das mal noch nicht so das ist glaube ich schlecht sehr gut ich kann weg ich lebe wieder ich verstecke mich in der wand ich verstecke mich im wasser da finde ich nie ich verfolge die wisse dieser pappen die wir haben gewonnen so ihr habt jetzt fünf minuten gameplay gesehen ja wunderreich über die kurze folge aber so ist das spiel kick der scheiße alter ja gut aber ich würde sagen erfolgreiche folge zu einem drittel zumindest ja stimmt ich level nicht mehr wer von euch ist noch nicht mitarbeiter des monats ja ja ist schon klar ja gut haben wir das aus bis zum nächsten mal denke ich und ich ebenfalls out bei bei mitarbeiter des monatres 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 Vielen Dank.